Verschiedene Sprachen werden hier gesprochen und rund 26 Millionen Touristen besuchen diese Metropole jährlich. New York ist der Wahnsinn. Schaut euch das an! In Manhattan gibt es 347 Kinos, 241 Theater und 850 Konzertbühnen. Hier leben Superstars wie Puff Daddy und Mariah Carey. Wir gehen so rund um die Uhr entspannen, etwas essen oder ins Kino gehen. New York brodelt immer. New York ist wunderbar. Hi, ich bin Tarkan und befinde mich gerade mitten auf dem Times Square. Als ich das erste Mal nach New York kam, bin ich zuerst hierher gegangen. Ich war bewältigt, begeistert, einfach fasziniert von dieser gigantischen Stadt. Ich liebe den Times Square. Es gibt hier alles. Musicals, Kinos, Restaurants, Einkaufspassagen und natürlich mich. Und ich! Tarkan zog vor fünf Jahren nach New York in den Szene Stadtteil Manhattans. Im East Village kaufte er sich ein großes Loch. Mein Lieblings-Donut heißt Boston Cream. Der hat eine leckere Creme-Füllung. Ich habe mich nie fremd in New York gefühlt. Es kam mir so vor, als würde ich schon immer hier leben. Diese Stadt ist einfach offen. Sie gibt dir das Gefühl, dazuzugehören. In seiner Heimat wurde Tarkan bereits dreimal als erfolgreichster Künstler des Jahres von der Association of the Turkish Journalists ausgezeichnet. Diese Preisüberreichung ähnelt dem amerikanischen Grammy Award. In New York fühle ich mich fast wie in Istanbul. Ich habe mich bewusst für diese Stadt entschieden, denn hier gibt es auch viele unterschiedliche Menschen. Man findet hier alle Kulturen und Religionen. Das genieße ich. Jetzt sind wir in meinem Lieblingsplatz angekommen, dem Central Park. Der Central Park ist die grüne Oase Manhattans. Ein Ort für viele New Yorker, um ihrem Lieblingssport nachzugehen. Manchmal habe ich Sehnsucht nach der Natur. Dann gehe ich immer in den Central Park, um mich zu entspannen. Das ist ein wunderschönes Buch über diese Traumstadt. Ich signiere das jetzt für euch. Ich werde das für euch signieren. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde es sehr schön. Ich hoffe, meine kleine Tour durch New York hat euch gefallen. Bis gleich. Wow, das ist ja toll. Oh ja, ich liebe New York. Was für eine Art von Apartment hast du denn in New York? Ach, nur ein ganz einfaches Loft. Loft? Ja. Nur für dich alleine? Ja. Cool, ich liebe Loft. Man hat viel Platz und eine tolle Aussicht. Wir haben ja gerade im Film dieses New York Buch gesehen, was du geschrieben hast. Genau. Da ist es. Ja, genau, und das T-Shirt ja auch.